So, schön nach unten schießen, damit wir da ja nicht wieder irgendwo aufgehalten werden von so komischen Viechern. Oh, das nehmen wir natürlich gerne mit. So, zack. Oh, ernsthaft. So, runter. Und ich sollte echt gucken, dass ich ein bisschen Progress mache. Im Moment ist ja irgendwie so, ich eidle hier einfach nur herum die ganze Zeit. Und es geht nichts weiter, wirklich gar nichts. Jetzt, ja. So, dann einmal, ja. Einmal da nach oben. Ich glaube, ich darf am besten das Steuerkreuz nicht drücken. So geht das dann am besten. Okay, ja, ja, doch, so geht Schwobeln am besten. So, jetzt können wir hier nämlich die ganzen Viecher kaputt machen. Aha. Tötet die bösen Viecher. Ja, vielleicht ist das eine Voraussetzung dafür, dass wir da weiterkommen. Oder, Moment, 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 Moment. We scan. Guck mal, da ist ja ein geheimer Geheimgang gewesen. Dass ich da damals nicht schon... Ja, manchmal... Das wäre eigentlich fast logisch gewesen, aber manchmal denke ich offensichtlich zu wenig logisch. Oh, guck mal, was ist... Äh, oh. Hallo. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das gut ist. Wow. Muss ich das kaputt machen? Ich glaube nicht. Ich gehe einfach hier nach oben. Weil man kann es ja so auch machen, ja. Aha. Ähm. Warum? Wie? Moment. Kann ich das? Offensichtlich ja nicht. Kann ich das gar nicht? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das Vieh gar nicht kaputt machen kann. Ja, offensichtlich wirklich nicht. Ah, so ist das. Ach, guck, das treibt mich da nach oben. Das ist eine Konfu-Schnecke. Aber ich schaffe das ja so nicht. Gut, offensichtlich geht der Space Jump nicht unendlich. Und hier ist kein Geheimnis, auch wenn ich das glaube. Warum... Warum macht der jetzt den Space Jump nicht mehr? Komm, mach den. Genau. Ja, toll. Warum hat der da oben jetzt nicht funktioniert? Manchmal, ne? Spiel, manchmal machst du mich echt ein bisschen küre. Hat er schon mal erwähnt. So. Ähm. Gut, danke. Ein weiterer Energy Drink ist natürlich sehr gut, ja. Energy Drink, ich meinte natürlich Energy Tank, ja. Ich hoffe, da oben ist sonst nichts. Ich glaube, diese Schildkröte, die lassen wir, die ignorieren wir einfach. Ich glaube, die mag uns nicht. So. Und raus da wieder. Gut, wo gibt es jetzt noch Dinger? Dinger zu finden. Da rauf. Und da diesen linken, diesen blauen Gang, den will ich auf jeden Fall auch noch erkunden. Ja. Ja. Was war das jetzt? Jetzt habe ich voll lange kein Bild gehabt. Habe ich das... Oh. Jetzt habe ich das kaputt gelaufen, das Ding. Ups. Das wollte ich doch gar nicht. So. Wo ist da? Ja. Ja. Ach, das ist so angenehm, dass ich da jetzt einfach so hoch kann. Aber... Nö, das wäre schon hier richtig, nur... Wir gucken, vielleicht eins unterhalb kann ich mich hier... Kann ich hier irgendwas machen? Obwohl, ich glaube, da kann ich einfach da so durch... Und da drüben dann in den Gang hier nach unten, oder? So irgendwie war das, ne? Ja, genau. So, nach oben bringt eigentlich wahrscheinlich nichts. Ich gehe eher nach unten. Ähm, genau so war das. Ah, da muss ich aufpassen. Oder war das hier? Ne, hier war das... Ach, stimmt. Ich sollte ja vielleicht mal wieder Items sammeln, weil ich bin ja itemtechnisch jetzt nicht so gut bei sammeln. Ach, da war das. Ach, herrje. Ähm. Oh, nein, nicht scannen. Ach, da brauche ich eine Superbombe, ne? Ich erinnere mich. Komm, ich speichere einmal kurz. Speichern? Speichern schadet nicht. So. Tö, tö, d, 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 d. So. Gucken wir da mal ernsthaft, was hier so Sache ist. Da auf jeden Fall nix. Okay. Oh. Komm, wir machen den da. Bah, nervige Viecher. Nervige Viecher, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Ich kann euch hier nicht brauchen. Ich muss hier nämlich den da machen. Oh. Achso, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Okay. So. Juhu. Aber es geht fast ein bisschen zu weit. Habe ich das Gefühl. So, weil wollte ich das eigentlich gar nicht gehen lassen. So, dann gucken wir einfach mal hier. Ja, da ist ja eh ein Tunnel. Warum bin ich da nie reingegangen? Ja, manchmal, ne? Manchmal verstehe ich mich schon selber nicht. Oh. Schön. Eine Aufladestation. Nur für mich. Super-Raketen wären schön. Brauche ich nämlich, wie man vielleicht erkennen kann. Ich muss mindestens auf... Ich gehe mindestens auf 10. Ja, weil ich weiß ja nie, was da kommt. Ja, mindestens auf 15. Dumm, die dumm, die dumm. Es macht so Spaß beim Zuschauen. Ah, ja. So, 13, 14, 15. Sehr schön. Okay. Ja, komm, das müssen wir jetzt schon noch mitnehmen. So, dann schauen wir mal. Ach, hey, das geht ja noch weiter. Okay. Wahrscheinlich hinter irgendeinen dieser ominösen Wasserfälle, ähm, Sandfälle meinte ich, kann man sich sicher runtersaugen lassen. Sonst wäre das ja alles umsonst. Oder hier vielleicht? Ist hier vielleicht irgendwas? Nö. Das ist wahrscheinlich der da, oder? Da! Auch nicht? Äh. Ähm. Ähm. Mir kommt dieser Raum jetzt etwas seltsam vor. Ist das nur ein Aufladeraum? Nee, das gibt's ja auch fast nicht, oder? Hä? Warum? Ähm, hallo? Das verstehe ich jetzt nicht. Was soll dieser Raum, bitte? Ah, ich hab das kaputt gemacht. Ich wusste gar nicht, dass ich das kaputt hauen kann seit neuestem. Okay. Na gut, dann. Ich lasse mich da jetzt trotzdem einfach mal reinsaugen. Also müsste er ja trotzdem irgendwie anzeigen. Das, 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 das verstehe ich jetzt echt nicht. Was bringt mir dieser Raum? Oder ich seh's jetzt wirklich nicht. Bin ich jetzt zu doof und ich seh's jetzt wirklich nicht? Das gibt's doch nicht, dass der Raum gar nichts bringt. Aber offensichtlich? Offensichtlich bringt der... Hä? Warum? Vor allem wie... Wie komm ich dann da nach unten? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach, ich glaub, ich weiß, wie ich da nach unten komme. Aber das ist ja doof, dass ich hier echt... Moment, ich probier jetzt trotzdem mal ganz kurz was anderes. Ich probier jetzt ganz kurz da trotzdem durchlaufen. Okay. Muss ich wohl von ganz nach oben machen. Wenn ich... Oh. Das war jetzt nicht mein Ziel. Ich wollte ja eigentlich was anderes. Aber das gibt's ja nicht, dass es echt nur dafür da ist. Ernsthaft? Ja, manchmal sind diese Mega-Lags. Hm. Nö. Ich kann auch hier nicht durchlaufen. Na gut, egal. So, egal. Egal, 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 egal. Wo haben wir jetzt eigentlich noch Dinge offen? Hier, blau ist ja hier eh nix mehr. Nein. Und das war echt jetzt ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. So minimal enttäuschend war das jetzt schon. Wo ist da hier das erste? Genau da dieses Treibsandfeld. Und da muss ich... Ich scanne da kurz mal, nur damit wir es einmal gesehen haben. Man sieht es nicht. Okay. Oh nein, ich sinke. Lass mich sofort hier runter. Oh. Oh nein. Ah, schön. Ich kann die Dinger kaputt hauen. Gott sei Dank. Wow. Alter, ich... Okay, das ist fies. Der Treibsand. Ich komme mir nämlich auch nicht mehr nach oben. Der pumpt mich richtig einfach nach unten. Ja. Und hier kann ich die Boni wenigstens ohne Probleme mitnehmen. Zumindest die Missiles. Hier, ne. Und da ist jetzt wahrscheinlich hier der Rückweg da unten da, oder? So, ähm... Ja, bitte einmal... Raus da. Autsch. Oh, na das... Das möchte ich natürlich schon haben. Da haben wir aber... Na toll. Okay, selbe... Selbe Geschichte wie vorher. Ja. Ich soll mich da vielleicht eher als Ball runtersausen lassen. Ja, die Superbomben-Upgrades, die will ich natürlich schon bekommen. Ja, klare Weise. Ja, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ja, es ist wieder Millimeterarbeit. Millimeterarbeit. Yay. Ich schaff's nicht. Ich bin zu doof. Aber ich könnte ja da drüben auch... Da geht's, glaube ich, einfacher, oder? Ja. Da wird's einfacher gehen. So. Bombs. Ja. Machen wir's einfach so. Ist auch gut, ne? Ja. Yo. Powerbomben. Moment, das hab ich aber trotzdem... Weiß ich aber trotzdem noch nicht... Ich versteh's trotzdem noch nicht ganz. Da komm ich ja jetzt trotzdem nicht dahin, wo ich denke, dass ich hinkommen müsste, oder? Oder geht hier noch Wohn-Tunnel entlang? Nö. Ja, ich hab keine Ahnung. Na gut, ich denke mal, wir werden's aber trotzdem... Wir werden's einfach so machen. Ich guck jetzt mal, ähm, dass wir hier einfach... Wie komm ich hier eigentlich wieder raus? Weiß man nicht so genau, ne? Wo geht's hier nach unten? Da geht's nach unten. Okay. Oh nein! Flop. Okay. So, gut. Aber ich werde Meridia jetzt verlassen. Ich komm hier nicht raus! So. Man glaubt es kaum, ich verlasse meine Lieblingsgegend. Und eventuell, aber nur eventuell, mach ich so, dass ich, ähm, ganz am Schluss, bevor wir den Endboss machen, falls ich das Check gewann, der Endboss da ist, dass ich nochmal durchlaufe und wirklich alles überprüfe. Beziehungsweise mir eine Lösung angucke, ja? Wo die ganzen Dinge sind, weil irgendwie würde ich mich ja schon selber auch ein bisschen reizen, hier alles, ähm, zu holen. Aber das wird halt dann insofern anspruchsvoll. Ja, da muss ich natürlich zuerst auch wissen, wo war ich jetzt schon und wo nicht, ja? So, nein, da drüben sind keine Raketen, auch wenn ich das jedes Mal glaube. So, hier wieder schön da durch. Durch die lustige, ja, ich fall natürlich da wieder rein. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes, ja. So, und, ähm, hätte ich eigentlich schon getroffen, aber wenn das Spiel meinte, ich hab's nicht getroffen, dann kann ich natürlich nicht das Gegenteil behaupten, ne? Das ist ganz klar. Also da hat das Spiel natürlich die Nase vorn. So, und ich geh jetzt einfach mal tollkühn in die Richtung. So, da drüben, ich, ich frag mich immer noch, wir sind jetzt wo? Wir haben da drüben immer noch ein Ding nicht geholt, okay. Ich geh nach Norfair, weil da unten wartet noch ein Boss, glaub ich. Also theoretisch sollte da noch einer sein. Miep, 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 miep. Oder? Ja, genau. Und sonst so? Naja gut, das ist jetzt okay, wir müssen uns eher dann nach rechts halten. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ich kann mich nämlich hier, Norfair kann ich mich am allerwenigsten erinnern. Genau, da kommen wir auf jeden Fall, oder kommen wir da durch? Ja, geht natürlich auch sehr schön, okay. So. Da gab's ja dieses eine Lava-Becken, ja. Wenn ihr euch erinnert, da konnten wir nicht hochspringen. Das sollten wir jetzt eigentlich mit unseren Hochsprungen ohne Probleme können. Sollte ja jetzt ohne Probleme möglich sein. Das mit unseren Space Jump. Und ich muss natürlich auch mal wieder an die Oberfläche, weil da gab's ja auch noch ein so'n Ding. Ja, man erinnert sich, ein so'n Ding gab's da noch. So. Also ganz, ganz draußen, ne. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ja, ich denke schon, dass ich da drüben irgendwo auch nach unten komme. Sicher kann ich's natürlich nicht sagen. Ah, ich weiß, okay, da sind wir jetzt hier. Gut. Nein, ich komm hier, ich will hier raus. Ich komm. Ah, schön, jetzt kann ich die Fiecher auch kaputt taunen. Ach, ist das schön. Ich kann alles kaputt taunen, wunderbar. So. Kann ich hier, wenn ich jetzt nach unten gehe? Ja, das sollte passen. Das soll mir theoretisch richtig sein, aber ich gehe natürlich auch einmal kurz speichern. Weil speichern wichtig, ihr wisst ja. Aber jetzt kommt ein Endboss. Glaube ich. Also müsste bald wieder kommen. Ja, das sollte jetzt eigentlich eins der letzten Gebiete... Ja, ich stoße an mein Mikro dauernd. Das sollte eigentlich eins der letzten Gebiete sein, die ich noch nicht erreichen konnte früher. So, einmal da. Ah, okay, einmal mit Superbombe. Auch okay. Das Gute ist, ich habe jetzt auch echt schon viel Energy Tanks. Wir gehen nach unten. Ich hoffe, ich komme da durch, aber das wird ja wohl gehen. Aber ich kann mich natürlich nicht mehr genau dran erinnern. Daran müssen wir nicht gehen. Wir gehen da vorbei. Oh, okay, hier sind wieder lustige Laberhände. Die meinen, sie müssen mir den Weg schwer machen, indem sie einfach aus der Laber random rauskriechen. Ist aber kein Problem, weil ich kann auch mit Random Schuss glänzen. So, und da geht es jetzt nach unten. Wir sind am richtigen Weg. Das freut mich sehr. So, gut. Und da war jetzt die Stelle, ne? Ja, genau. Da kam ich vorher nicht durch. Weil ich da nicht nach oben kam. Gut, ich schaffe sie jetzt auch nicht, wie man sieht. Die Dinger kann ich... Warum hat der da jetzt... So, okay, sehr gut. Ja, das habe ich vorher noch nicht geschafft. Und jetzt sind wir in neue, unbekannte Gebiete. Sehr schön. Was, da geht... Da geht es noch tiefer? Ich gehe zuerst mal darüber. Oh, ein Speicherpunkt, ja. Da geht es noch tiefer in ein neues Gebiet? Ernsthaft? Oder kommen wir da jetzt irgendwo anders hin? Bin ich jetzt gespannt. Ich... Prinke kurz. Ähm. Wo sind wir jetzt? Ne, ist immer noch Norfair. Okay, es ist nur ein kleiner Zwischenlift. Und wir sind offensichtlich jetzt in der Hölle. Die Hölle. Genauso habe ich sie mir vorgestellt. Oh. Ach, das tut mir ja noch weh. Warum tut mir das jetzt weh? Okay, da sollte ich dann vielleicht aufpassen. Okay, da ist jetzt... Das ist jetzt offensichtlich ein bisschen fieser. Ja, flüssigkeitsmäßig. Kommen wir jetzt kennen. Das tut mir weh. Interessant. Ähm. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Was ist... Moment. Hä? Ah ja. Okay, einmal den da. Oh, unser Freund. Der Palljunge. Komm, bring uns bitte wohin. Oh, das ist süß. Gucke mal. Miep, 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 rüttel, 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 schüttel, schüttel. Oh, ah, die Lava ist jetzt weg, oder? Okay. Aber. Gibt es jetzt noch was, weil der an so einem Punkt da ist? Ja, es ist das Punkt da und nur diese blöde Statue gemeint. Die mir ja nichts bringt, außer dass ihr die Lava wegräumt. Danke, Statue, dass du die Lava weggeräumt hast. Aber das bringt mir halt nichts.